Hallo, ich bin Sarah und ich bin im dritten Lehrjahr als Kaufer bei der BERT Bocher AG. Willst du wissen, wieso mir die Lehre bei den Bochern gefällt und wie mein Alltag aussieht? Dann komm mit! Die BERT Bocher AG ist ein technisches Grosshandelsunternehmen und führt Beschläge und Lehrprodukte im Sortiment, welche oft in der Küche und in Möbelverwendung finden. Zu unseren Kunden zählen hauptsächlich Schreiner und Elektriker. Unser Büro befindet sich in Tegerville am Bodensee. Während deiner drei Lehrjahre schaffst du in insgesamt drei Teams. In unserem Verkauf, in unserem Einkauf und in der Buchhaltung. Unser Kundenkontakt pflegen wir vor allem telefonisch, aber auch per E-Mail. Darum ist es wichtig, dass du kommunikativ, offen und teamfähig bist. Was mir besonders gefällt, ist, dass wir bei uns die Lernenden die Möglichkeit haben, ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Ausserdem haben wir ein familiäres Betriebsklima und eine offene Kommunikationskultur. Heben unsere Hauptaufgaben sind wir auch für kleinere Projekte wie die Organisation von Weihnachtsessen und anderen Team-Events verantwortlich. Schon früh darfst du selbstständig arbeiten und Verantwortung mittragen. Du profitierst nicht nur von finanzieller Unterstützung beim Lehrmittel und beim Sprachaufenthalt, sondern auch von unseren flexiblen Arbeitszeiten und vielem mehr. Meine Interessen werden während der Lehre berücksichtigt und gefördert. So habe auch ich meine Vorliebe zum Marketing entdeckt und darf meine Ideen verwirklichen. Ist deine Neugier gewählt? Dann bewirb dich jetzt bei Bucher. Tschau zusammen!